Wir kommen! Was hast du dir gewünscht? Das ist mein Secret. Hat das mit mir zu tun? Ja, aber auch mit dem da. Da werden wir. Mein liebster Berg 13. Das sind drei Berge. Papa, Mama, Kind. Vielleicht. Ich will nicht, dass er sich verwirrt wird. Er hat seinen Vater und er hat dich. Es gibt Momente, in denen ich fühle mich so nahe zu Trezler, dass er nicht mein Sohn ist. Ich liebe ihn. In der nächsten Moment, ich fühle mich, wie ich so verkeilt habe. Hey! Maybe you could love Daddy again. Triss, komm raus! Frieden! Aaron! Kannst du mich hören? Fangen? Weiss! Ta! Ah! ARD Text im Auftrag von Funk